Und nun heißt es Ringfrei zur ersten Runde. 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 Das war die erste von drei Runden im Kampf zwischen Sonny Kraus in der blauen Ecke und Kararijat in der roten Ecke. Und nun heißt es Ringfrei zur ersten Runde. 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 Und dann lift sie euch. Sieger durch K.O. in der zweiten Runde kommt aus der blauen Ecke. Hier ist Sonny K.O.